Einen schönen guten Tag von der Playa de Palma. Heute ist Montag, der 13. März 2023 und wir machen einen kleinen Spaziergang an der Playa, vom Ballermann 2 bis nach Arenal runter. Der Strand ist immer noch dreckig, ein kleines bisschen wurde sauber gemacht, aber noch nicht komplett. Wetter ist 90 Grad, die Sonne kommt nicht immer durch, leichter Wind, aber dennoch recht angenehm hier. Ja, mein Lieber, ist es gut? Ja, mein Lieber, ist es gut. Ja, mein Lieber, ist es gut. Ja, mein Lieber, ist es gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020